Ich erwarte gar nichts von dir und das ist schön. Hallo, liebe Deutschlerner! Ich bin Marc. Heute geht es darum, wie du dich von Erwartungen befreien kannst und wie es dir ein viel glücklicheres Leben schaffen kann. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so cool! Ich glaube, es fühlt sich einfach richtig toll an dir. Wie gesagt, ich erwarte nichts von dir. Ich erwarte nicht von dir, dass du etwas von mir kaufst. Ich erwarte nicht, dass du spendest. Ich erwarte nicht, dass du mir antwortest. Ich erwarte nicht, dass du weiterhin meine Videos schaust oder Newsletter-Abonnent bleibst, wenn du einer bist. Ich bekomme manchmal Nachrichten von Deutschlernern, die zu denken scheinen, dass ich irgendetwas von ihnen erwarte. Und es zerbricht mir jedes Mal das Herz. Nein, ich erwarte nichts von dir. Ich bin dir dankbar dafür, dass du meine Videos schaust. Ich bin dankbar, wenn du meine Newsletter abonniert hast. Ich bin dankbar, wenn du etwas von mir kaufst oder etwas spendest. Aber diese Idee, dass ich irgendetwas von irgendjemandem erwarte oder sauer bin, wenn sie etwas nicht tun, ist mir sehr fremd. Bitte nimm, was ich sage, für bare Münze. Ich meine immer das, was ich sage, nicht mehr und nicht weniger. Manche Leute interpretieren sehr viel in das hinein, was man sagt. Manchmal sage ich etwas und jemand entschuldigt sich bei mir, als hätte er mir ein Leid angetan oder als würde er denken, ich wäre irgendwie gekränkt. Ist dir das auch schon mal passiert? Nein, es ist sehr schwer, mich zu kränken. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwer, mich zu kränken. Und egal was, du kannst immer mit mir sprechen. Ich antworte auf jede Nachricht und ich bin immer bereit, über Dinge zu sprechen. Ich bekam letztens eine E-Mail von einem Herrn, der meine E-Mails einen Monat lang erhalten hatte. Er dachte, ich würde von ihm erwarten, dass er etwas kauft. Er meinte, dass er sich abmelden wird und nie mehr meine Videos schauen wird, wenn ich das will. Nein, das ist doch gut, wenn ich mehr Ansichten habe. Ich erwarte nicht, dass du etwas von mir kaufst. In der Tat bin ich froh, dass Leute, die sich meine Produkte nicht leisten können oder wollen, alle kostenlosen Inhalte nutzen können, die ich veröffentliche. Das ist die Schönheit des Internets. Einmal erstellt sind die Kosten für die Bereitstellung einer Ressource praktisch null. Also mache dir keine Sorgen. Es gibt kein Problem, wenn du nichts von mir kaufst. Ich biete meine Produkte an und lasse die Leute entscheiden, ob sie sie kaufen wollen oder nicht. Manche Leute denken, nur weil man über seine Produkte redet, sei man aufdränglich. Wieder so eine falsche Interpretation meiner Meinung nach. Ich bin aufdränglich nur in dem Sinne, dass ich den Leuten von meinen Produkten erzähle, wie jedes andere Unternehmen auch, weil ich weiß, dass sie für die Menschen sehr, sehr nützlich sein können. Persönlich denke ich, dass sie besser sind als meine frei verfügbaren Inhalte. Aber ich respektiere Leute, die damit glücklich sind, nur das zu konsumieren, was ich frei veröffentliche. Ich bitte diese Leute, eine Spende in Betracht zu ziehen. Natürlich bin ich auf Käufe und Spenden angewiesen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und arbeite daher fast jeden Tag daran, wertvolle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die sowohl frei verfügbar als auch kostenpflichtig sind. Jede Spende, jeder Kauf ermöglicht mir, noch mehr Wert zu bieten. Ich möchte allerdings nie, dass sich irgendjemand wegen des Konsums meiner frei verfügbaren Inhalte schuldig fühlt. Ein kurzer Nachtrag, offensichtlicherweise. Ich habe mit einem Freund über dieses Thema gesprochen und er meinte zu mir, ist doch gut, wenn deine Zuschauer sich schuldig fühlen, weil das bedeutet, dass du ihnen sehr viel gegeben hast. Und diese Schuldgefühle sind einfach zu beheben. Sie können einfach etwas kaufen oder etwas spenden. Nun, im gewissen Sinne hat er auch recht. Mein Punkt war natürlich, dass sich niemand irrational schuldig fühlen sollte. Okay? Ich möchte nur, dass die Leute bezahlen, wenn sie bezahlen wollen. und ich gebe ihnen sogar ihr Geld zurück, wenn sie ein Produkt gekauft haben und nicht 100 Prozent zufrieden sind. Wie gesagt, ich erwarte nicht, dass irgendjemand etwas kauft. Obwohl ich sehr leidenschaftlich bin, was meine Arbeit betrifft, wie du vielleicht schon bemerkt hast, und sehr emotional bin, was den Erfolg meines Unternehmens betrifft, bin ich sehr, sehr emotionslos, was jeden einzelnen Zuschauer oder Leser betrifft. Ich erkenne, dass ich nicht weiß, was in deinem Leben vor sich geht. Vielleicht hast du nicht viel Geld. Vielleicht lernst du nur nebenbei Deutsch und es ist dir nicht so wichtig. Vielleicht lernst du gerne Deutsch als amüsantes Hobby, das du kostenlos ausüben kannst. Vielleicht hast du Angst, ernsthaft zu lernen und dich zu verpflichten. Vielleicht hast du einmal ein Online-Produkt gekauft und es war eine schlechte Erfahrung, es war eine schlechte Investition. Es gibt wahrscheinlich tausend andere Gründe, warum manche Menschen nicht in ihre Bildung investieren. Genauso wie ich keine Erwartungen an dich habe, möchte ich auch keine Erwartungen von dir, wie zum Beispiel, dass ich jedes Mal ansage, wenn ich eine Weile keine Videos veröffentliche. Mehr darüber in einem nächsten Video. Wie gesagt, ich erwarte nichts von dir und das fühlt sich echt gut an. Denn wenn man etwas von jemandem erwartet und dieser Mensch erfüllt diese Erwartungen nicht, dann ist man sehr frustriert. Ich biete Deutschlernern die Möglichkeit an, einen Termin mit mir zu buchen. Circa 70 Prozent aller Leute, die einen Termin mit mir buchen, sind zum vereinbarten Termin online. Der Rest lässt mich hängen und manche melden sich gar nicht mehr. Das hat mich zuerst ein bisschen wütend gemacht. Nur ein bisschen. Ich dachte mir, Mensch, ich habe mir extra die Zeit genommen und jetzt sind sie einfach nicht da. Aber irgendwann habe ich es einfach akzeptiert. Ich habe aufgehört zu erwarten, dass derjenige da sein wird und nun stelle ich mich darauf ein, dass die Person vielleicht nicht da ist. Und ich bin auch nicht mehr wütend. Ich verstehe es. Ich meine, ich bin doch auch so. Wir sind doch alle so. Wer war nicht schon einmal irgendwo zu spät? Wem ist nicht schon einmal irgendetwas dazwischen gekommen? Es ist normal. Es ist normal, dass man mal Termine nicht wahrnimmt. Es ist auch normal, frei verfügbare Ressourcen zu nutzen und nicht zurückzugeben. Das ist normal. weil man nicht mehr, weil man nicht will. Es ist befreiend, keine Erwartungen zu haben, weil kein Mensch die Erwartungen eines anderen Menschen komplett erfüllen kann. Ich sage nicht, dass man bestimmte Dinge nicht tun sollte. Man sollte zurückgeben, wenn man kann. Man sollte zu Terminen erscheinen. Man sollte pünktlich sein. Zumindest, wenn man mit Deutschen zu tun hat. Man sollte aber vor allem nach seinen eigenen Werten leben. Nach seinen eigenen Werten. Die Erwartung, die zählt, ist die, die man von sich selbst hat. Das ist die Erwartung, die zählt. Die einzige Erwartung, die zählt. Tu dein Bestes und befreie dich von Erwartungen. So wirst du nie enttäuscht, nur häufig positiv überrascht. Tschüss! Danke fürs Zuschauen! Du kannst übrigens mich positiv überraschen, indem du auf AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Donate etwas spendest oder JoinGermanClub.com besuchst und dich in die Deutschlern Akademie einschreibst. Beides wird auch dir zugutekommen. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!